Hallöchen Freunde und ein herzliches Willkommen zurück bei Final Fantasy 14 Ja, wo wir inzwischen in Mordona angekommen sind, in der Stadt der Abenteurer Ja, und hier soll es jetzt weitergehen, hier wollen wir versuchen unsere Freunde bald zu befreien Denn im nahegelegen Custom Sentry werden sie gefangen gehalten Und damit wir mit diesem Plan auch Erfolg haben unsere Freunde zu befreien Müssen wir nun mit diesem Slavborn hier sprechen, der wohl einer Art Anführer für die Abenteurer ist Was willst du einem von den Göttern verlassen, nur noch wie diesem? Du interessierst dich für das Castrum Sentry? Tja, wer tut das nicht? Quatsch, dieselbe Rüstung wie wir, nur in einer anderen Farbe Verstehe, die miesen Hunde halten Freunde von euch gefangen, hm? Ich würde euch ja gerne helfen, aber die haben die Zahl der Wachen am Castrum in letzter Zeit spürbar verstärkt Da ist so leicht kein Durchkommen und ich bin für wahr nicht lebensmüde Ich fürchte, bei den anderen Abenteuern werdet ihr nicht mehr Glück haben Hilft nicht gerade, dass momentane Gerüchte über neue Magitek Kampfmaschinen die Runde machen Äh, was? Äh, die am Castrum stationiert sein sollen Ihr habt euch einen echt miesen Zeitpunkt ausgesucht Das mit den Galearen aufzunehmen Hm, Papa Limo und Tancred mögen kampferprobt sein Das gilt nicht für Mifidia Wir dürfen sie nicht in Gefahr bringen Da bleibt uns wohl nur noch eine Infiltration des Stützpunkts Und dann? Wir reden hier von einer Basis der Galear Da wir, äh, da wir zur Wachen nur so wimmeln Deswegen sollten wir so aufwärtig wie möglich vorgehen Wie meinst du das? Unentdeckt werden wir bei solch starker Bewachung nicht lange bleiben Also spazieren wir am besten gleich durch die Vordertür rein Zu diesem Zweck müssen wir lediglich eine Magitek Kampfmaschine kapern Und uns ein paar authentische galeische Rüstungen besorgen Das könnte euch sogar gelingen Schließlich wimmelt es in der Umgebung des Castrums vom galeischen Patrouille Die Kaiserlichen würden nie auf die Idee kommen Dass Eosea ihre Magitek Waffen bedienen könnten Kein schlechter Plan Na so gut, so machen wir's In diesem Fall solltet ihr einmal mit, äh, äh, Glaumund reden Der Kerl hat, äh, hat auch persönlichen Gründen Einen besonders großen Hass auf die Galear Außerdem weiß er eine Menge über das Castrum Er wird euch sicher helfen Ida und ich werden ein wachsames Auge darauf haben Was in der Basis vorgeht Ich glaube zwar nicht, dass sie mit Filia etwas antun Dazu ist sie als Geisel einfach zu wertvoll Aber sicher ist sicher Sobald ihr alles erledigt habt Schluss zu uns Bis später dann, Leute Sag mal, Ida, meinst du nicht Du könntest dich nicht mal, äh, nicht mal dem Ernst der Lage entsprechend ausdrücken? Machst du dir denn gar keine Sorgen? Na klar tue ich das Aber Ernst sein rettet mich Filia auch nicht Musst du immer so steif sein, Ishtola? Haha Ach, ist ja schön Wie die beiden sich Dennoch irgendwie verstehen, ne? So verschieden, aber dann verstehen sie sich trotzdem So, mit Glaubund sollen wir sprechen Glaubund? Ah, da bin ich Was willst du von mir? Du bist doch wohl nicht ein Gadeischer Ne, dafür riechst du zu sehr nach dem Staub der Straße Also gut Abenteurer, hm? Dann ist ja alles in Ordnung Ihr wollt also eine Verbündete aus den Händen der Gadea befreien, hm? Naja, für die widerlichen Invasoren habe ich nicht viel übrig Und meines Feindes Feind ist mein bester Freund, also ich helfe gern Allerdings sollten wir vorher herausfinden, ob die besagte Dame wirklich noch im Kastrum Sentry festgehalten wird Dort herrscht nämlich reger Publikumsverkehr in letzter Zeit Vielleicht hat man sie längst verlegt Und dann wäre all der Aufwand umsonst Ein wenig abseits des Kastrums, an einer abgelegenen Stelle im Schlingwald Enden Abflussrohre, über die Abwasser aus dem gallischen Stützpunkt entsorgt wird Äh, ja Ähm, über die Abwasser aus dem gallischen Stützpunkt entsorgt wird Und jetzt halte ich fest Die Rohre führen bis in den Kommandoturm Welcher Architekt dieses sicherheitstechnischen Irrsinn verbrochen hat Kann ich mir beim besten Willen nicht ausmalen Immerhin Die Rohre sind mit passiven Gittern gesichert So dass man nicht einfach ins Innere der Festung vordringen kann Aber doch weit genug, um Stimmen aus dem Kommandoturm zu vernehmen Also, worauf wartest du? Vorhang auf für die Operation Äh, großer Lohschangriff Na? Dann mal los Oh nein, da vorne sind glaube ich diese Kröten Früher, wenn ich hierher geritten bin Also man reitet hier übrigens sehr oft her Da ist ja schon so eine Kröte Dann ziehen die eine mal ran Oh, 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 oh Oh, 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 oh Keimeter Moorboll Na wundervoll Äh Äh Hier kann man nicht hoch Oh man, warum werden wir immer von allem angefallen Na toll Wir sind auf der falschen Seite Haha, oh man, nein Ach, das darf doch nicht wahr sein Ach Hilfe Hilfe Mal eben, äh, Ogo wiederholen Also ganz ehrlich, würde mir so eine Stechmücke entgegenkommen Ich glaube, ich würde erstmal rennen Ich muss ja bald unsere Taschen wieder leeren So Hallöchen Man nimmt Stimmen aus dem Inneren des Kastrums Sie scheinen mehreren Soldaten zu gehören Und, was ist mit der neuen Gefangenen? Immer noch unkooperativ? Das kannst du laut sagen Und diese Minfidia ist ein äußerst zähes Stipp Selbst Folter hat uns bisher nicht weitergebracht Was, Folter? Ihre verdammten Gefährten Insbesondere dieser Ellesen Stammelt bloß wirres Zeug Livia macht mir allerdings fast noch mehr Angst Was ist da bloß Äh, was ist das bloß Für eine Frau? Das frag ich mich auch Aber die Gefangene soll über Kräfte verfügen Die uns Galearen nicht zu Äh, eigen sind Seltsame Kräfte Ähnlich wie dieser Hokus Pokos Den die wilden Stämme betreiben? Na, frag Livia am besten mal selbst Mein Lieber Was so besonders an der Blonden ist Bist du verrückt? Die schneidet mir erst Die Zunge raus Und wirbt sie meinem Kopf dann hinterher Zeit wieder zu arbeiten, Jungs Sonst fliegt hier nicht Äh, sonst fliegt hier nicht Nur ein Kopf Die Stimmen der Soldaten sind verklungen Okay, also Minfilia ist immer noch dort Äh, gefangen Dann Oh, Alfino ist auch endlich mal angekommen Das ist ja wundervoll Ja, genau das meine ich Haha, diese Fetten Kröten, ey Die zieht uns bestimmt auch ran Okay An die sind wir zum Glück Vorbeigekommen Ach guck mal Hier ist ja ein altes Lager Ich glaub, dass es äh Alte Geister soll Sehr schön Alfino ist auch da Und bin, konntest du das da raus Verstehe, Minfilia ist also im Kastrum Und neben ihr noch weitere Gefangene Da sollten wir keine Zeit verlieren Sid hat unseren Plan bereits mit Glaubund durchgesprochen Die Details zerrätet ihr am besten selbst Ich hab mit Glaubund über unseren Befragungsplan gesprochen Wir gehen wie geplant vor Erst kapern wir eine Magitek-Kampfmaschine Und erbeuten ein paar galeische Rüstungen Und dann spazieren wir einfach durchs Vordertor ins Kastrum Glaubund ist dabei Die Patrouillenrouten der Galea aufzusperren Äh, auszusperren Wir haben ebenfalls noch einige Vorbereitungen zu treffen Also dann packen wir es an Für Minfilia und für den Bund der Morgenröte What? Der hat einfach mal ein Level übersprungen Hallo Finn Du kommst gerade recht Während Glaubund die Details unseres Infiltration austüffeln Würde ich gerne ein paar Vorbereitungen treffen Wir dürfen nicht vergessen Dass wir direkt vor der Haustür des Feindes agieren Die Gefahr, dass man uns beim Kapern der Magitek-Kampfmaschine beobachtet Und alles auffliegt, ist groß Deswegen werde ich ein Störsignal vorbereiten Dass den galeischen Funk im Notfall unterbricht So können wir eventuellen Zeugen uns schädlich machen Ohne dass die anderen Truppenteilen Bescheid sagen können Der galeische Funk wird von blitzelementaren Wellen entgetragen Die sich in der Luft ausbreiten Wir können diese Wellen nicht direkt produzieren Aber es ist möglich Feuerenergie in Blitzenergie umzuwandeln Und zwar mit denaturierten Kristallen Die man hier in der Nähe Tut mir leid, du verstehst sicher nur Bahnhof Im Prinzip ist es ganz einfach Wir senden gegenphasige blitzelementare Wellen aus Die das Funk-Signal der Galea auslöschen Und zwar nur das Funk-Signal der Galea Um ein ausreichend starkes Signal zu bekommen Bedarf es ganz besonders stark Äh, stark des natuierter Kristalle Gib mir eine Karte Ich markiere dir einige Stellen Wo du Feuerkristall-Formation findest Die brauchst du nämlich Dort machst du mit dem Testgerät ein paar Probeläufe Und misst den Effekt So, hier Sei übrigens auf der Hut Starke blitzelementare Signale locken Plasmodien an Es kann durchaus sein Dass du ungebetenen Besuch erhältst Okay Da vorne haben wir noch eine Quest In Ordnung Hör mir jetzt gut zu Für unsere Befreiungsaktion Müssen wir noch ein paar Vorkehrungen treffen Die verhindern sollen Dass eure Tarnung das kaiserliche Ähm Äh Das kaiserliche Erstbestenmoment auffliegt Dazu gehört Dass ihr den galeischen Zalut Bis auf die kleinste Handbewegung beherrscht Denn was nützt es euch Schneidige galeische Uniform Wenn ihr ihnen keine überzeugende Figur abgebt Ha Jetzt staust du was Der gute Glaume Und denkt einfach an alles Dass die zackigen Galear Für ihr Leben gern salutieren Ist, äh Ja Hinlänglich bekannt Wahrscheinlich habt ihr schon Armschmerzen Äh Und Wunde Fersen Bevor ihr überhaupt Am Tor des Kastrums angekommen seid Wir sollten also nichts im Zufall überlassen Leg dich in der Nähe des Kastrums Auf die Lauer Und schau Ob du nicht ein paar Soldaten Beim Salutieren beobachten kannst Träge dir die Bewegung gut ein Es könnte dein Leben retten Okay Wir haben wieder einiges zu tun Kann man von hier darüber springen? No Kann man nicht Kann später darüber fliegen Oh Ein Kollege sagt Kannst du mir nicht kurz zur Hand gehen? Ich habe doch vor der Gilde Einen blöden Auftrag angenommen Weißt du Überreste einsammeln Und da hinten Sitzen lauter Nöcken Und wollen an meine Überreste Du warst doch auch mal Ein Neuling als Abenteurer Bitte hilf mir mit Ein Nöck Werde ich garantiert nicht fertig Äh Ja ein Nöck Ne Nein Du warst doch Däkken Schoninda In mijn warst da Kannst du mir mit Nein Scheiße Wenn Ich werde Ich werde Was orus Däkken W So Me Das Mitarbeiter ж Auftrica Dann machen wir das mal eben hier, weil wir bis Level 46 sowieso ein paar XP brauchen. Ein Schluck Kapi getrunken. Braucht man ja auch zwischendurch mal, ne? Haha. Waaah. Waaaah. Waaah. 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 Na toll, jetzt haben wir zwei Nicks gegen uns. Egal, doppelte Effektivität. So. Hälfte haben wir. Ja, Mann. Okay, der eine hat uns noch nicht bemerkt. Alter, was ist denn hier los? Ja. 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 Ja, hallo. Scheiße. Ah, diese Kröten, ne? Die machen mich fettig. die wären als Reittier ganz cool ich finde Square Enix zur nächsten Erweiterung könnt ihr ruhig mal einen Nöck als Reittier machen nur 5000 xp hallo eh Hä, wo soll denn das sein? Na toll. Äh. Ich find's schön, dass uns diese, äh, Gegend hier voll in die Karten spielt. Ach, da in der Mitte? Da kommt man aber nur über den, ähm. Über den Weg da vorne hin. So, den müssen wir leider auch noch killen. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Wie sie mit dem glibberigen, ähm, nein. Mit diesem glibberigen Zungen an uns dranschlabbern. Oh, da sind noch ein paar mehr als gerade. Da, 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 da. So, wie komme ich denn jetzt da rein? Ah, da. Oder? Nee. Hä? Ich dachte, man kam da irgendwie rein. Ah, warte mal. Wow. Ah. Nein. Ah. Und diese schlabbernden Zungen hinten am Rücken zu spüren, das ist schon ekelig. Ist ja hervor, ey. Du reitest so daher und dann hast du eine Zunge hinten am Rücken kleben. Wie so ein Gummiband. Sehr gut. Was, äh, was das jetzt war, weiß ich noch nicht. Als ob das hier keiner merkt Dass wir hier irgendwelche Leute umklatschen So Ich konnte niemanden entdecken, Sir. Bericht zur Kenntnis genommen, Soldat. Dann war an den Gerüchten darüber, dass rebellische Elemente nach Mordona vorgedrungen sind, vielleicht doch nichts dran. Trotzdem sollten wir auf der Hut bleiben. Ich werde ins Kastrum zu kehren und neue Patrouillenpläne ausarbeiten. Okay. Dann zurück nach Mordona. Auffassen, dass der uns da nicht sieht. Hallo, guten Tag. Mach gut. Ah, okay, er hat uns entdeckt. Wir sind nicht gerade, ähm... Hä, aber... Warum kann ich denn jetzt die Quest abgeben? Habe ich mich gerade einfach verlesen und habe 46 gelesen, aber es steht da 45? Ich nehme an, ja. Achso, weißt du, was ich mal eben machen kann? Wir haben nämlich, ähm... Wir haben nämlich, ähm... oder Legions daheim... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oho,ku hat übrigens ein Level-up. Warte mal, ähm... So, wir haben einige Staatstaler gesammelt und, ähm... Weil wir ja immer so ein Problem mit den Waffen haben. Dass wir keine neuen Waffen kriegen. Kümmer ich mich jetzt um die neuen Waffen. Okay, das ist Level 22. Wir müssen tatsächlich, glaube ich, noch... Das wäre halt besser. Warte mal. Ähm, Personaloffizier. Hi. Ähm. Wir sind die Legionär erster Klasse. Aber leider bringt uns das überhaupt nichts. Wir sind Phönix die Legionär. Wahnsinn. Ah, da fehlt uns leider noch ein bisschen was. Schade. Hm. Okay. Dann halt nicht. Na gut. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann ab zurück nach Mordona. Hm. Ja, dann halt nicht. Ich dachte, wir können uns jetzt mal eine neue Waffe gönnen, aber... Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe noch nie die Waffen von der, äh... Legion oder so genutzt. Also die sind vielleicht zum Transmoggen vielleicht ganz nett. Aber auch da sind sie jetzt nicht überragend. Aber scheinbar habe ich mich wirklich verlesen. Ich dachte, äh... Level 46, aber ich war wohl einfach ein bisschen blind. Na, wie sieht's aus? Sind die markierten Kristalle brauchbar? Gib mir einfach den Blitzwellenwander zurück, wenn du mit der Messung fertig bist. Hier. Ausgezeichnet. Die Stellen eignen sich perfekt. Ich hoffe natürlich, dass wir den Störsender nicht einsetzen müssen. Aber sicher ist sicher. Du warst mir eine wertvolle Hilfe finden. Hä? Hä? Da oben stand doch Level 46. Dann ist das bestimmt einfach nur ein, äh... Anzeigefehler. Was hat sich am Kastrum zugetragen? Ist es dir gelungen, den kaiserlichen Salud zu beobachten? Zeig ihn mir lieber nicht. Jetzt halte ich dich noch für den Galea und hau dir im Affekt 1 auf die Nase. Meine Kräfte hebe ich mir lieber für die wahren Bibeltäter auf. Du hast das Emote Galea und Galea und Salud gelernt. Oh, guck mal, da kriegen wir sogar, äh, was. Sag, Malarak möchte, dass du ein paar schicke Galea und Garnituren auftreibst. Glauben und hat mir von eurer geplanten Befreiungsaktion erzählt. Die Sache klingt spannend und es wäre mir eine Ehre, wenn ich mein taktisches Genie in eure Dienste stellen dürfte. Wenn es darum geht, den Galean eins auszuwischen, bin ich für alles zu haben. Damit ihr auf der Magitek-Kampfmaschine nicht aufwallt, wie ein Nöck auf dem Ball der Sultana, benötigt ihr galeische Uniform und Helme, um eure Gesichter zu verdecken. Wenn wir die Sache auf dem Schwarzmarkt besorgen, könnte es Aufmerksamkeit bei Leuten erregen, die für Gil gerne plaudern. Es scheint mir daher am sichersten, den direkten Weg zu gehen, ein paar galeische Säulearten zu vermöbeln und sie wortwörtlich bis aufs Hemd auszunehmen. Sid und Glaumund haben erzählt, dass sie dich zusammen mit Bix und Wedge in Kastrum schicken wollen. Ihr benötigt also drei Garnituren. Galeische Patrouillen schleichen mit Vorliebe direkt vor der eigenen Haustür rum. In die Nähe von Geistersoll trauen sich die Feigenhunde nämlich nur mit einer ganzen, äh, Streitmacht. Ha, gib mir mal deine Karte, ich werde deine Stelle markieren. Wenn du die Uniformen und Helme besorgt hast, bringen sie mir am besten einmal zur Prüfung vorbei. Aus Täuschen verstehe ich mich, äh, äh, mich. Und ich will bei diesen Unterfangenen nichts dem Zufall überlassen. Zack, Malarak liefert Qualitätsarbeit ab, sonst nichts. Okay. Dann wollen wir mal. Mit dem größten Gefährt, was wir haben. Das ist schon wieder ein Level 46er-Quest. Also du kannst mir ja nicht erzählen, dass das wirklich ein, das ist ein Anzeigefehler. Aber bei jeder Quest, Holla, äh, Holla die Waldfee. So. Zerstörtes Camp. Ja, hier war vorher das Camp, glaube ich. Das war ja, also Geistersoll wurde ja von Abenteurern, äh, errichtet. Und vorher war das ja hier ein Camp. Von Abenteurern, die sich, glaube ich, hier niedergelassen haben, oder? Irgendwo kann man das nachlesen. Also ich vermöbel jetzt da vorne einfach gallerische, äh, Soldaten und klau ihre Uniform. Den habe ich nicht gesehen. Mein, mein, mein... Hilfe. So, also ein Helm habe ich schon mal. Los, gib mir deine Klamotten. Als ob der andere uns nicht bemerkt hat. Wie unlogisch ist das denn? So, die drei Helme haben wir schon mal. Ogu, pass auf! Oh, ein Mönch. Äh, oder Faustkämpfer oder was auch immer. Dämonenwürfel? Aber weißt du was? Wir sind jetzt mal faul. Wir sind jetzt mal faul. So, Herr Sarg, Malarak. Hast du den Gallianen ihre Ausrüstung abgeluchst? Dann zeig mir die guten Stücke doch bitte mal. Hier. Hm, ich hatte es befürchtet. Die Uniformen und Helme weisen zahlreiche Spuren eurer Kämpfer auf. Damit erregt ihr zu viel Aufmerksamkeit. Eine oberflächliche Reparatur wird aber wohl genügen. Schließlich solltet ihr nur aussehen wie die Gallia. Tatsächlichen Schutz müssen eure Uniformen ja nicht bieten. Äh, ja, ist ja gar kein Problem, äh, weil wir sind ja nur im Gebiet der Feinde und, äh, wenn wir angegriffen werden, dann brauchen wir kein Schutz. Was für ein Quatsch. Bringt die Ausrüstung am besten sofort zu Egi Noll. Ihr findet ihn in der Diamantschmiede in Rowenas Haus, der Wunder. Er wird sich darum kümmern. Erzählt ihm einfach, was ihr vorhabt und dass ihr euch schicke, äh, dass ich euch schicke. Keine Angst. Er ist verschwiegener als ein Grab, wenn es um solche Dinge geht. Das ist gut. Verschwiegenheit ist nämlich ein teures Gut. Wollte nur gucken, ob, äh, es da irgendwie Rüstung gibt oder so. Rowenas Haus der Wunder. Auch ein Ort, den wir bald besuchen werden. Ah, das ist der Abenteurer, von dem Sark Malarak gesprochen hat. Ich arbeite zwar eigentlich exklusiv für Rowena, aber ich habe bereits mit ihr gesprochen und sie hat diese kleine Ausnahme abgenickt. Na dann, zeig mal, was du für mich hast. Ah, darum geht es also. Keine Sorge. Diese Arbeiten werde ich im Geheimen ausführen. Und kein Wort davon wird je über meine Lippen kommen. Das gelobe ich. Du musst wissen, dass ich, sagt Malarak, einiges zu verdanken habe. Er ist der Sohn eines reichen Kaufmanns aus Ulda und hat bereits früher meine Dienste auf den Anspruch genommen. Selbst als ich mir noch keinen, äh, rechten Namen gemacht hatte. Er träumt schon immer davon, ein richtiger Abenteurer zu werden. Ja, er träumte. Ja. Es sollte mich wirklich nicht überraschen, dass er diesen Traum nur mir nichts, äh, dir nichts, äh, verbirgtlicht hat. Aber entschuldige, ich schweife ab. Dann will ich dich gar nicht weiter warten lassen und setze mich sofort an die Reparatur. Gute Arbeit. Let's go. So, Rad ist fertig. Viel Schutz bietet diese Uniform zwar nicht mehr, aber äußerlich sind sie wieder in so gut wie, äh, äh, so gut wie im perfekten Zustand. Dann, gib auf dich acht. Und der Richter sagt Malarak meine wärmsten Grüße aus. Okay, dann zurück zu dem guten Lallafell. Es wird mal Zeit, dass wir wirklich eine neue Waffe kriegen, ey. Die Skat sagt mir auch irgendwas. Der ist auch später noch irgendwie wichtig, bis Skat. Und, konntest du die Ausrüstung reparieren lassen? Wenn die Helme und Uniform fertig sind, zeig sie mir bitte. Da hat sich der gute Egi-Neuf ja wieder richtig ins Zeug gelegt. Leglich, die Kampffspuren sind so gut wie verschwunden. Das dürfte mehr als genügen. Es sei denn, ihr knöpft die Uniform falsch oder setzt euch die Helme verkehrt herum auf. Aber da mach ich mir eigentlich keine Sorgen. Hier hast du die guten Stücke wieder. Ich hoffe, ihr erteilt diesen imperialistischen Halunken eine ordentliche Lektion. Eure Chancen stehen gar nicht mal schlecht. Denn ihr, äh, Explosionswahn könnte ihnen in diesem Fall zu Verhängnis werden. Wo sie auch einfallen, rekrutieren sie jeden Burschen im wehrhaften Alter für ihre Armeen. Ständig tauchen frische Gesichter in den galleischen Reihen auf. Da fallen drei Neuzugänge. Mehr sicher kaum auf. Es war mir wahrlich eine Ehre, euch in dieser Angelegenheit unterstützen. Zu Kerr... Wie bitte? Ich soll der Sohn eines reichen Kaufmanns sein? Haha, du schmeichest mir. Siehst du denn nicht den Staub in meinem Gesicht und die abgewetzten Stiefel? Ich bin ein Abenteurer wie du. Und ein einfacher noch dazu. Äh, doch, wir verfolgen dieselben Ziel und helfen. Äh, will ich euch nach besten Kräften, so wahr ich hier stehe. Ah, da gibt es eine neue Waffe. Sehr gut. Für die Verkleidung wäre also gesorgt. Wunderbar. Dann kann es ja direkt ans Eingemachte gehen. Ich werde jetzt meinen Plan für die Kaperung der Magitek-Kampfmaschine darlegen. Es kommt auf jeden, äh, jedes Detail ein. Also passt gut auf. Die meisten Patrouillen im Grenzland des Kassums sind mit mindestens einer Magitek-Kampfmaschine ausgestattet. Allerdings konnten wir in ihren Zeitbilden keine Regelmäßigkeit erkennen. Außerdem kommen nur sehr wenige Patrouillen in die Nähe von Geistersoll. Daran hat auch die Aufstockung von Wachpersonal in der letzten Zeit nichts geändert. Unser Problem? Wir können schlecht direkt, äh, vor den Toren des Kassums zuschlagen. Wie gut, dass auf meinem scharfsten Verlass ist. Ich habe schon vor einiger Zeit Gerüchte gestreut. Das Aufständische. Eine, äh, Stürmung des Kassumsplan. Im Nebelmoor sollten daher mehr Patrouillen als sonst unterwegs sein. Du wirst dich, äh, als galeischer Soldat verkleiden, deinen Salud abspulen und dann ganz aufgeregt berichten. Du hättest ein paar auffällige Gestalten in der Nähe des zerstörten Camps gesichtet, klar? Wenn die Jungs in der Alarmbereitschaft sind, kehrst du zur Kristallformation im zerstörten Camp zurück. Zündest von oben gut sichtbar ein galeisches Signalfeuer und lockst die Patrouille samt Magitek-Kampfmaschine in unsere Arme. Dann können wir in aller Ruhe zuschlagen. Na, ist das ein Plan oder was? Das galeische Rauch-Signal habe ich dir selbstredend schon besorgt. Einer kaiserlichen Schwachköpfe war so freundlich während seiner Patrouille mit weit geöffneter Tasche einzudösen. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Also gut, ich denke, damit hätten wir alles Wesentliche geklärt. Begib dich zum Nebelmoor und leg die nächstbeste Patrouille rein. So, dann müssen wir jetzt... Fällt ja gar nicht auf. Vor allem, weil der Helm einfach nicht sichtbar ist. Das ist so dumm. Ah, das ist so dumm. Warte, wo lege ich das denn mal hin? Ja. Gut. Ich sehe aber gerade auf der Uhr, es ist schon wieder Zeit, sich zu verabschieden. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Beim nächsten Mal werden wir uns dann... Ja, äh, daran machen, eine Magitek-Kampfmaschine zu, äh, erbeuten. Ähm... Wir sehen wirklich aus wie ein Galear. Aber sowas von. Ähm, nicht wirklich. Aber ist ja auch egal. Müssen wir auch nicht. Wir müssen ja nur so tun, als ob. Ähm... Ja, ich verabschiede mich für dieses Mal... Alter, was für ein geiler Vogel. Ja, Leute, ich verabschiede mich für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.